Karawane Hoppchenpferd Zeig mal was du kannst Bleib dran, bleib dran Bleib doch dran, ich überhole dich gleich Ich könnte bei Appassionata mitmachen Vorsicht, Vorsicht Da sind sie Der Konvoi ist da unten Erheilen wir uns Dreck, spar die Kugeln Sie sind zu weit weg, außer Reichweite Wenn ich hier auch runterfalle Ist das Pferd tot und ich auch Hier, eine Abkürzung, folge mir Ich folge dir Ich kann nicht so gut Komm schon, wir sind fast da Schnell, das ist unsere Chance Los geht's Oh, das Hoppchenpferd Dreck, auf die Laster Schalt die Kerle aus Ich übernehme den links Oh, tschüss Oh, das ist ja Oh, das ist ja Whoa Mein Freund ist bestimmt ganz vorne Sag mal, hopp, hopp, hopp Pferdchen Komm Pferdchen, durch die Laster Gib mir Muni Okay Komm her, Pferdchen Scheiße Scheiße Gut gemacht, Pferdchen Los, Pferdchen, höher Los, Pferdchen, höher Los, Pferdchen, höher Los, Pferdchen, höher Komm her, Pferdchen, höher Los. 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 Vin. Immer weiter! Er muss weiter vor! Sullivan! Sorry, bist du da drin? Oh, Sally! Er lebt! Mist! Halt durch! Oh, Mist! Hilf mir! Komm her, komm her! Quatsch! Halt durch! Ich hab dich! Ich kann nicht mehr! Nimm meine Hand! Ich hab dich! Oh, Scheiße! Wieder so'n Dickmann! Ich hab' zu viele Dickmanns gegessen! Batsch! 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 Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Wirklich! Tada! Tada! Haha! Hey! Oh, Mann! Bist du okay? Ja, ja, alles klar, aber... Ich dachte schon, ich seh' dich nie wieder, mein Junge! So leicht wirst du mich nicht los! Haha! Und wie hast du mich eigentlich hier draußen gefunden? Ich hatte Hilfe! Salim! Ha! Sullivan, danke! Wir haben nicht viel Zeit! Sie dürfen die Stadt nicht erreichen! Also, ich... Ich weiß nicht... Er hat recht nicht! Ich hab' jetzt tagelang bei den Pennern festgesessen! Ich weiß nicht, hinter was genau Marlow her ist! Aber es ist bestimmt kein Schatz! Wir müssen dich stoppen! Das machen wir! Jetzt! Yalla! Es wird nie langweilig, was Sally? Und zwar in der nächsten Folge von Uncharted 3! Bis dann! Da! Direkt vor uns! Durch den Sturm? Ich hoffe, du weißt, was du tust! Vertrau dir, Dweck! Vertrau dir! Sali! Dylan! Wo bist du? Sally! Sally! Bleib bei mir! Wo ist Sally? Der ist nicht bei mir! Zwei Klaus. Lass dich. Die wissen wohl mehr als wir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uncharted 3 auf der Road to Uncharted 4. Sully ist eigentlich bei uns. Wir haben ihn gefunden. Und das ist gut so. Ist das jetzt der Konvoi? Stimmt, ne? Ich nirg dir die Knack. Der Sack ist ab. Ah, scheiße. Das ist ein. Das war's. Das ist nicht der ganze Konvoi, sind viel zu wenige. Der Sturm muss sie getrennt haben. Na los! Der Sturm muss sie aufbauen. Der Sturm muss sie aufbauen. Der Sturm muss sie aufbauen. Ich muss nochmal kurz zurück Waffe wechseln. Ich krieg nichts zu du Arsch. Der Sturm muss sie aufbauen. Der Sturm muss sie aufbauen. Der Sturm muss sie aufbauen. Ich konnte nix machen. Und Sully macht auch nix. Der Sturm muss sie aufbauen. 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 Das ist doch nicht zu fassen, ey! Okay. Lass mich mal wieder aufladen. Aaaaaaah!